Aber ich verliere dich vielleicht. Nein, wir rennen einfach geradeaus. Immer geradeaus. Was ist das denn? Warum? Und du sagst immer an, du sagst die ganze Zeit an, wo du bist. Du sagst die ganze Zeit an, wo du bist. Ich bin so weit weg von dir, ich bin ganz nah bei dir, ich bin so weit weg von dir. Warte kurz, ich bin ganz nah bei dir. Fertig, okay? Einfach immer ansagen, wir müssen ganz viel kommunizieren. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ich auch. Oder meine auch, besser gesagt. Ich habe eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste, wo ich mir. Wir rennen zurück, wir rennen zurück. Ich sage hey, und du sagst, wir kommen zurück zu... Nein, nein, wir kommen zu Baruch. Ja, okay. Ich starte. Hey, willkommen zu Baruch 2. Ja, wie ihr sehen könnt, sind ganz, ganz viele Leute auf dem Server. In 30 Sekunden geht's los. Oh mein Gott. Ich bin so aufgeregt. Ich bin übelst nervös. Oh mein Gott. Wir werden direkt nach da hinten rennen. Wo? Guckt am besten nicht hin. Nee, nee. Sonst riechen die das. Ich hoffe, ich verkack den Start nicht. Okay, Manu, wir bauen einen Erdblock ab und bauen uns damit hoch, ne? Ja, klar. Gut. In 4, 3, 2, 1. Viel Glück. Hä? Es ging nicht. Bei mir geht's nicht. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Renn, 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 Malu, renn. Siehst du mich? Nimm die Dinger mit. Ah, nee, das sind die ja gar nicht. Ups. Sieht nur ähnlich aus in dem Texturen-Package. Doch, doch. Gras mitnehmen? Nee. Nee, nee. Nee, nee. Brauchst du nicht. Brauchst gar nichts mitnehmen. Okay. Nicht so viel springen. Okay, renn, renn, renn. Ich hab ein Hungerbeilchen schon verloren. Oh Mann, bin ich nervös. Ich hab schon ein Hungerbeilchen verloren. Zwei Hungerbeilchen verloren. Du kommst doch locker zu, äh, du kommst doch locker zu, äh, nach hinten kannst du doch locker gucken. Oder mit R5? Du hast doch so tolle Tassen bei dir. Ja, ja. Ist keiner hinter uns. Renn, 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 renn. Gar keiner? Geil. Nein, also leben uns ein bisschen ist Delay und so. Da sind schon mal Kühe, renn, weiter. Ich hau eine, ich hau eine Kuh auf dem Weg. Ich boxe immer weiter vor, es will kein kleines Halter durchvollziehen. Ich geh mal weiter nach links. Wir müssen im Wasser ausweichen. Okay, hab ein bisschen Fleisch. Kedos ist tot. Was? MCX-Modal Kedos. Ein Kontum ist tot. Okay, MCX-Modal hat schon zwei Leute getötet. Oh, da oben neben uns ist jemand. Neben uns ist jemand. Herr Bergmann ist da. Oh oh. Was machen wir jetzt? Wir rennen, wir rennen. Scheiße, sind Berge. Warum bist du so schnell? Ich hab, ich bin gesprungen, ich bin gesprungen. Ach so. Aber ich esse jetzt ein rohes Stück, damit ich nicht aufhöre zu Dingen sehen. Ja, wir sollten jetzt direkt zum Baum gehen und ich seh keinen Baum. Wenig Kraft, okay. Ja gut. Die haben schon einige Leute getötet. Ach du Scheiße. Alter, alter. Tötet das Schwein, tötet das Schwein. Wir rennen den Berg hoch, wir rennen den Berg hoch. Das Schwein auch töten. Okay, wir gehen den Berg hoch. Hier hoch, wo ich bin? Ja, ja, da hoch. Hoffentlich gibt's da genug Wege zum hochgehen. Ist der Mord auch jemanden getötet? Bram ist schon wieder sofort raus. Echt? Alter, ja. Oh man, der muss sich so ärgern. Das tut mir richtig leid bei ihm. Alter, was? Weil schon mal, warum eins so schnell rausgeflogen ist. Der Cheap-Bot von Elliot hat gepötet. Das sind die Leute, die hat... Alter, was ist denn los? Ich hätte nicht gedacht, dass am Anfang so viele Leute killen. Ich auch nicht. Ich dachte, ehrlich gesagt, dass im ersten Part nicht unbedingt überhaupt einer stirbt. Ja, ja, sind sehr vorsichtig die Leute. Und ich habe nur noch... Ich kann nicht mehr rennen. Komm her, komm her. Hier. Du musst das essen. Du hast rohes Fleisch, iss das Rohfleisch, Mann. Okay. Alter. Okay, Hunger könnte doch zu einem größeren Problem werden, als ich dachte. Da wird Hunger ein Riesenproblem. Wir haben keinen... Hast du Bäume abgefahren? Nein, habe ich nicht, aber wir werden Bäume finden. Da oben ist ein Baum. Da oben im Berg ist ein Baum. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich will mein Fleisch nicht verschwenden. Wir müssen das über den Braten. Natürlich wollen wir es beide nicht verschwenden, aber wir müssen jetzt erst weg. Ich habe nur noch zwei. Komm mit. Okay. Nicht in den Baum reinlaufen. Farben du schon mal irgendwie irgendwas? Ich klatsche oben weg. Okay, gut, gut, gut. Wir machen Tabwalk, okay? Ja. Achso, da oben hast du schon. Gut, dann mache ich den hier. Da war lag nicht. Das ist alles vorgerendert. Gut. Ich mache eine Werkbank, ich mache eine Werkbank. Ja. Und du... Und pass auf, wir teilen uns das genau auf, wie wir es brauchen. Du machst Spitzhacken, ich mache Schwerter. Okay, ich mache eine Spitzhacke erstmal. Ich habe noch Äxte, habe ich noch gemacht. Nein, nein, du solltest direkt zwei. Ja, nee, warte, pass auf, weil du kannst dann direkt ein Ding jetzt besorgen. Einen Ofen willst du direkt machen? Ich würde jetzt erstmal weitergehen. Ich persönlich würde erstmal weitergehen. Ja, wenigstens schon mal die Grundsachen, bitte. Damit wir jetzt nur noch schleichen. 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 Damit wir jetzt nur noch einen Ofen haben. Okay, aber nur noch schleichen ab jetzt. Okay. Ich gebe dir mal Stein eben. Hier, nimm. Nimm, 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 nimm. Ich werfe es dir hoch. Komm. Mach mal eben ein paar Dinger und einen Ofen. Ich habe kein Holz mehr, ich habe kein Holz mehr für Sticks. Gib mir doch schnell Holz, gib mir schnell Holz. Oder gib mir das, gib mir schnell Holz. Äh, ich habe eigentlich nur noch das hier. Okay, gib mir einfach. Puh. Gib dir einfach alles. Ich gebe dir mein Leben. Okay. Boah, ich bin so. Alter, wie viele da gerade gestorben sind. Was ist denn los hier? Ich habe zwei Schwerter für uns. Das sind einfach richtig viele Leute gestorben. Am Eingang von der Höhle ist ein Steinschwert. Okay. Okay. Da haben wir kein Holz mehr, wir haben kein Holz mehr. Rotpilz ist gestorben. Ich bin einfach unfassbar nervös. Okay. Was hast du jetzt? Was hast du jetzt? Äh, ein Steinschwert. Hast du, ja, warte. Wie viele Steine hast du? Ofen. Wie viele Steine hast du? Zwölf. Ja, mach einen Ofen. Schnell. Hab ich. Und jetzt? Wir brauchen Holz für das Braten. Wir können zu dem Baum da hinten gehen. Oder wir gehen weiter runter und suchen den nächsten Baum. Komm, wir gehen erstmal weiter runter. Den nächsten Baum, aber ich muss essen. Aber ich muss essen. Aber ganz, aber komm hier. Folge mir und gehe nur. Gehe nur und folge mir. Okay. Okay. Wir joggen einfach. Es kann aber gut sein, dass die mit einem Schwert jetzt einfach rumrennen. Ja, ja, klar. So, ich hab nochmal noch mehr Fleisch. Wir gehen auf den Weg die Schweine und die Hühner abfahren. Siehst du die Hühner da? Hol dir die Hühner? Ja, ich töte gerade die Hühner vor mir. Okay. Ich bin sehr gespannt. Oh Gott, da ist Lava. Ich bin sehr gespannt zu sehen, was da, genau, da gehe ich gar nicht essen. Was da passiert ist. Nein. Komm mal zu mir. Manu, folge mir. Warte, hier ist ganz viel Kohle an der Oberfläche. Ich kann das mit einer Dingens. Okay. Manu, wir können Kohle auch genug kriegen. Erstmal, jetzt geht es um Sicherheit. Ja, aber dann haben wir Essen. Dann haben wir Essen. Naja, okay. Kohle bedeutet immer Essen. Das ist der ewige Kreislauf des Lebens. Okay, ich hole nochmal Tiere. Okay, wir nehmen jetzt schon laut meiner Aufnahme sieben Minuten auf, weil ich es vorher aufgenommen habe, bevor es gestartet ist. Okay. Komm jetzt mit. Warte, warte. Sollen wir nicht erstmal hier in die Ecke gehen? Folge mir erstmal. Ja, aber Essen ist, ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen. Wir haben auch kein Holz. Komm bitte einmal. Okay, stimmt, wir brauchen einen Ofen. Ja gut, komm. Oh Gott. Das ist noch eine Kuh, ja? Gut. Feine. Danke. Okay. Alles beraten. Okay, erstmal das erste Fleisch. Ich kann gar nichts mehr machen. Ich habe nur noch zwei Keulen. Bau ihnen was ab. Bau ihnen was ab. Ich habe keine Spitzhacke. Bau in der Zeit Stein ab. Du hast doch eine... Ach nee, du hast gar keine. Bau in der Zeit Spitzhacke. Stein ab. Ja, ich habe genug Stein. Egal, für noch einen Ofen. Für noch einen Ofen. Achso. Okay. Hast du schon ein bisschen was gegessen? Ja, Hälfte ist voll. Gut, gut, gut. Bei mir ist auch wieder alles okay. Okay, wir sind glaube ich in der Sicherheit. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wollte nur nicht in der ersten Folge sterben. Wenn wir jetzt sterben, ist alles okay. Wir sind noch in der ersten Folge. Wir sind noch in der ersten. Ja, ich weiß. Noch? Ich wollte nur nicht in der ersten Folge sterben. Aber jetzt gerade sieht es ja ganz okay aus. Ja, es sieht ganz okay aus. Aber passt lieber auf. Nicht die Sicherheit wiegen sozusagen. Den Abend vor dem Himmel loben oder so. Okay, okay. Okay, Manu brauchst du noch essen? Wenn das fertig ist, dann... Hier liegt noch ein Steak auf dem Boden. Kannst du direkt aufholen? Einfach mit. Ja, ja. So, ich weiß jetzt noch. Hühnchen werde ich noch gebraten und dann sind wir fertig. So. Ähm, wir brauchen unbedingt Holz. Ja, ja. Da sind Bäume. Ich hole noch ein paar Hühnchen. Willst du noch Bäume holen oder sollen wir erst an den Alter gehen? Bäume. Bäume brauchen wir unbedingt. Bäume ist gerade echt. Bäume sind mein Leben. Oh, hier sind richtig schön viele. Aber ich habe das Gefühl, wir sind noch viel zu nah. Ja, wir sind auch noch viel zu nah. Aber wir haben echt ein schönes Plätzchen gefunden. Ja, guck mal, boah, komm mal zu mir. Wie viel hier einfach ist. Hier sind bestimmt 20 Kühe oder so, Schweine. Wir haben ein mega Plätzchen gefunden, Alter. Wir haben echt das Paradies gerade gefunden in diesem Tal. Hast du ein Plätzchen gefunden? Ein Plätzchen, Keks habe ich gefunden. Lecker. Ein Keks. Man und Keks. Was aber richtig dumm ist, was wir gerade machen, ist einfach hier so rumlaufen, ohne zu schleichen. Das machen wir beide gerade und das ist dumm. Ach so, der offizielle Hashtag von uns beiden ist übrigens Raupentumor. Hashtag Raupentumor. Falls ihr uns irgendwas auf Twitter oder überall auf irgendwelche sozialen Plattformen schicken wollt, macht das mit Hashtag Raupentumor. Oder falls ihr es anfeuern wollt, Hashtag Raupentumor. Ah, packt es in die Trends. Alter, es ist einfach schon Rotpilz tot. Ich habe 17 Fleisch. Geil. Geil. Okay, Essensprobleme haben wir erstmal nicht mehr. Ich würde aber jetzt nur noch die Hühnchen fertig braten und dann würde ich eigentlich sagen, weiter. Okay. Weißt du, wo ich bin? Teampartner. Dina ist nicht bei Paluten in seinem Raum. Ach so, ja, ja. Oder sind die über Skype? Oder reden die über Skype? Ja, ich schätze mal über Skype. Die reden über Skype, locker. Okay, easy. Machen sie das. Oh mein Gott. Warum musst du nicht sterben? Manu, Alter, ich fühle mich jetzt nicht mehr sicher hier. Wir sind zu nah dran. Ich würde sagen... Ich gucke heute die ganze Zeit nach oben. Ich gucke mich überhaupt nicht um hier. Okay, kommen wir jetzt zurück zum Ofen. Nee, kommen wir jetzt zurück zum Ofen und jetzt treffen wir uns wieder und dann ist alles fresh, okay? Könntest du mir mal sagen, wo der Ofen war? Manu, wehe. Wenn das jetzt dein Ernst ist, dann sage ich so wehe. War das hier oder war das da hinten? Manu, sag das nicht. Manu, sag das nicht. Auf diese große Wiese, wo die ganzen Kühe waren, Mann. Komm da hin. Ach, da bist du. Hallo. Okay, ich habe den Ofen fast abgebaut. Moment. Genau, die Workbench, Sekunde. Ich mache mal ganz kurz ganz wichtige Sachen für unser Leben. Ich bin so dumm. Ich habe den Ofen kaputt gemacht. Nein. Oh nein. Ist nicht so schlimm, da verlieren wir nicht so viel durch. Mach mir noch ein paar, gib mir ein paar Holz. Nee, du hast ihn nicht mehr verdient. Ich bin so dumm. Warst du aufgeregt? Warst du aufgeregt? Ja, ich bin auch voll am Zittern. Petrit ist tot. Verdient. Einfach verdient. Ich kann noch einen Ofen machen. Nee, machen wir jetzt gleich. Kannst du ruhig machen. Ich mache einen Ofen, okay. Gut, ein bisschen Holz haben wir auch noch. Achso, habe ich ja noch. Sehr gut. Da mache ich mal ganz kurz eine Axt. Perfekt. Dann lass uns bitte weggehen, bitte. Komm mit. Oh ja, geht viel schneller. Wo bist du? Hä, wohin gehst du? Ja, hier lang. Wir kommen doch von da vorne, du Otzer. Oh, ich wäre wieder zurückgegangen. Concrofter ist tot. Gut zu wissen. Und der Weif ist tot. Hä? Concrofter wurde von der Weif getötet und der Weif wurde von der Kev getötet. Okay. Alter, die müssen ja richtig nah beieinander sein. Alter. Okay. Bitte einfach nur weggehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die töten sich gerade gegenseitig, die Teams. Die schlachten sich gegenseitig ab. Ja. Kannst du mir ein paar Hühnchen geben vielleicht? Ich will nicht frohes essen. Der Kev wurde von Shuffle getötet. Ja, ich gebe dir was ab. Hier, die Hälfte von meinem Hühnchen. Was ist denn los? Okay. Hä? Shuffle LP hat seinen Namen in Minecraft geändert? Okay. Okay, kann man machen. Okay, ja, kann man machen. Ich bin so gespannt, wie das enden wird. Ich glaube sogar, ich bin noobiger in Minecraft als bei Varro 1. Das kommt aber auch wieder. Weil ich zu dem Zeitpunkt mehr gespielt habe. Hier, Schafe nehmen wir mit, falls wir ein Bett bauen wollen. Es wird nämlich jetzt langsam dunkel. Das können wir ab der zweiten Folge gut gebrauchen, wenn wir halt alleine auf dem Server sind, weißt du? Falls wir alleine auf dem Server sein werden. Ja, falls wir mal alleine auf dem Server sein werden. Natürlich alle Tiere, also... Ja, alle Tiere, die du finden kannst, wegen Leveln auch, ne? Das erinnert mich an ein altes Minecraft-Projekt. Da habe ich auch irgendwie 15 Parts nur Tiere getötet und dann hatte ich 8 Stacks Fleisch. Okay. Nee, aber Essensprobleme werden wir nicht mehr haben. Also jedenfalls die nächsten drei Parts nicht. Da bin ich sehr optimistisch. Was ist denn ein Essensproblem? Auch das ist, dass mir das Essen nicht mehr schmeckt. Ich bin in der Nähe. Warte, ich komme zu dir. Bleib da, wo du eben warst. Bleib da, wo du bist. Ich komme zu dir. Und jetzt müssen wir uns sehen. Ah, ich sehe dich. Hallo. Komm, ähm... Es ist dunkel. Das ist bitte mal da hinten irgendwo hingehen. Da ist Licht, da ist Licht! Das ist Lava. Sicher? Sicher? Ja, ziemlich sicher. Okay, langsam hingehen. Langsam hingehen. Frage, warum sollte da Licht sein? Das bedeutet ja, dass einer eine Facke gemacht hat. Warum sollte einer eine Facke machen? Weil jemand in die Höhle gegangen ist und fahren und nichts in der Höhle mehr gesehen hat. Schleichen. Direkt beim Start? Was? Schleichen, schleichen. Das ist super unwahrscheinlich. Trotzdem schleichen. Das ist einfach nur Lava. Das ist einfach nur Lava. Hast du schon gesehen? Dafür stehe ich mit meinem Namen. Hip, ja, ist Lava. Ich sehe es. Okay, gut. Das wäre echt Schwachsinn gewesen, da an der Stelle schon eine Fackel hinzupacken. Ja. Können wir uns bitte einbuddeln? Auch alleine wegen den Gegnern, sonst stellen wir nachher noch an denen. Ja, das ist auf hart gestellt. Ersten aber echt genug. Okay. Das Einzige, wo ich mir gerade echt Sorgen mache, ist Zucker. Zuckerrohr und sowas, ne? Ja, genau. Ja, lass noch ein Stückchen weiter gehen. Ob wir eine Höhle finden. Da ist der erste Gegner, oder? Nee, das war nur... Alter, mach mir doch nicht so einen Schiss. Ja, es sah gerade, es sah gerade, ich habe Hallos, ey. Ich bin schon mehr als zwei Stunden wach. Okay, pass auf. Wir suchen hier, hier suchen wir eine Höhle, Manu. Okay. Ist hier die Wand? Ja, hier ist die Wand. Die Wand ist hier. Ja, wir sind da. Nee, nee, nicht zur Wand, nicht zur Wand. Wir gehen jetzt ein Stückchen weiter weg. Die Wand ist so auffällig. Komm mit. Wir gehen hier irgendwo eine Höhle suchen. Töte alle Tiere. Schafe, du hast genug Betten. Ich habe genug Betten. Du hast genug Betten, die verlieren einfach Betten. Alter. So, warte mal kurz. Komm, Schafe hier rein. Nee, ich würde lieber eine Höhle. Das ist doch eine gute Lücke. Guck dir das doch mal an. Das sieht doch auch relativ unauffällig aus. Ja, okay. Ja, wir werden natürlich jetzt auf eine gewisse Höhe gehen, um Diamanten zu farmen. Gut, ich gehe mal ein Stückchen weiter. Ich werde mal hier versuchen, direkt einen Weg nach oben zu bauen. Nach oben? Ja, ja. Das werde ich dir gleich erzählen. Warum? Erzähl doch jetzt. Warum machst du das? Weil ich nach oben noch mal kurz raus aus der Höhle gehe, um zu gucken, ob da... Erstmal können wir uns sowieso nicht gleichzeitig runterbauen, weil wir uns dann nur blockieren. Und wenn ich jetzt hochbaue, da oben sind ja noch mehr Höhlen. Vielleicht finde ich eine Höhle, wo direkt Eisen oder so freigelegt ist. Na, aber Diamant... Diamant ist in der ersten Folge jetzt gerade noch nicht relevant. Ey, wie, 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 ähm... Wie viel haben wir noch Zeit? Da werden wir noch ein bisschen Zeit. Man wird bei Varo automatisch gekickt, wie viel wissen. Was denn? Ach so, 70. Ah, okay. Schon gut. Ich habe gerade die Höhe gecheckt. Äh, ich baue hier mal ganz kurz einen Bereich, wo wir unser Essen, ähm... pochen lassen können, backen lassen können. Wir sollten natürlich auch erstmal noch ein paar Fackeln bauen. Oh mein Gott! Oh Gott! Ich habe mich gerade richtig erschrocken. Ja, da war, ähm... Da war Gravel von oben runtergefallen. Okay. Denk dran, nicht gerade runterzubauen, wegen Lava, ne? Ja, natürlich nicht, Alter. Ja, ich sag's ja nur... Du schrassst mit mir, Junge? Es ist so dunkel bei mir, ich sehe gar nichts. Schleichst du auch gerade? Schleichst du auch gerade? Okay. Beim Bauen? Weiter, bitte, schleich, bitte. Ich mag das nicht, ähm... Hast du schon irgendwas gefunden? Oder ist immer noch bei dir ein... Nee, gar nichts, gar nichts. Ich habe aber einen Ofen hingestellt und jetzt backt er gerade alles. Okay, back du mal. Äh, back, back. Ich versuche mich erst mal hier rauszubauen. Ich habe schon richtig viel. Hast du auch noch ein bisschen Holz gefarmt? Nee, gar kein Holz mehr, nee. Oh. Ich habe gar keinen Baum mehr gefarmt. Ich habe mich auf die Tiere konzentriert? Ja, ich habe mich auf die Tiere konzentriert, genau. Oh Mann. Oh Mann. Ich kann das echt nicht glauben, dass da gerade schon so viele Leute gestorben sind. Das ist echt richtig traurig. Ich... Ich bin einfach gar nicht davon ausgegangen, dass die jetzt alle so aggressiv vorgehen. Oh, Eisen. Eisen Schwert ist auf jeden Fall da. Okay, ich bin wieder draußen. Ich versuche jetzt hier nochmal aufzupassen, dass keine Tiere kommen oder so. Ich hole noch einen Baum, okay? Ja. Ich habe jetzt noch einen Baum gefunden hier oben. Okay. Ach Mann, Leute. Ich mag Minen. Okay. Ich bin der Bestermine. Kraft da. Deswegen bin ich im Team mit Simon. Die, äh... Die Map ist gar nicht so groß, habe ich so das Gefühl. Hä? Der Kunga ist drin und jetzt fängt die... Was hat er denn gemacht? Jetzt schon seine zweite... Ich hatte die DC. Was ist los? Ah, okay. Okay. Ich dachte, das geht. Ja. Dann wird er wahrscheinlich gleich wieder... Das ist halt das Plugin. Warte, warte einfach. Sollte klar gehen. Oh. Oh, fünf Sekunden ist die Folge vorbei? Ja. Ja, komm. Komm, komm, komm. Komm, treff uns. Komm in die Nähe. Ich bin da unten in dem Loch. Ja, okay. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ja, gut. In fünf Sekunden werden wir gekickt. Ja, gut. Ich bin aber fast bei dir. Siehst meinen Namen, wenn du hochguckst? Ich bleibe stehen. Und... Ja, ich bin gekickt. Du wurdest deshalb gekickt. Deine Aufnahmezeit ist aufgebrochen. Ich noch nicht. Ich noch nicht. Hä? Warum wurde ich noch nicht gekickt? Hä? Wollte dann wohl vom Server gehen, oder? Nee, Early Boy, Pixel Wolf, alle noch nicht da draußen. Okay. Fehler gefunden. Hä? Wieso wurden wir später gekickt? Müssen wir leften? Wir haben 15.30. Alle lieben. Okay, wir gehen einfach runter. Keine Ahnung, was da falsch gelaufen ist. Ist noch ein bisschen vielleicht verbuggt. Mal gucken. Ja. Aber ich würde sagen, das war es mit der ersten Folge. Guck die Folge von Simon. Bewerte die Parts. Guck die Folge von Manu genauso. Dann seht ihr auch genau, was in seiner Sicht passiert ist. Ja, wir waren ja relativ auseinander, ne? Oh, und wir haben es geschafft. Wir haben die erste Folge überlebt. Ja. Best toll. Und schreibt ganz viel Raupentumor. Raupentumor überall. Alles voll ist beim Raupentumor. Raupentumor. In unsere Kommentare. Schreibt dir nach jedem Kommentar Raupentumor. Auf Twitter nach jedem. In die Schule, an die Wandspray. In die Schule, an die Wandspray. An die Tafel. Wenn der Lehrer fragt, was soll die Scheiße und euch schlägt. Raupentumor, Raupentumor. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf den nächsten Part sehr. Ich bin jetzt sehr, sehr euphorisch. Ja, ich auch. Manu, ich liebe dich. Hau rein. Bis später. Ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.